Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video seht ihr das neue Schuhegebäude von Luna. Sie entdeckt es heute mit ihren Freunden. Oh, Mann, bin ich müde. Aber heute ist Schule, juhu. Die Herbstferien sind ja schon zu Ende. Leider. Aber ich freue mich auch. Schnell anziehen, Haare kämmen, Zähne putzen und dann ab zum Frühstück. So, meine Lieblingspullover habe ich schon an. Nur noch die Haare bürsten und meine Glücksschleife rein. So, fertig. Jetzt gehe ich Zähne putzen und dann ab nach unten zum Frühstück. Währenddessen eine Etage tiefer. Max, aufstehen, aufstehen. Oh, ich habe keine Lust. Heute ist Kindergarten. Juhu, ich freue mich schon so auf meine Freunde. So, ich gehe jetzt eben mal hinweg. Finn, aufstehen, aufstehen. Morgen, Mama. Ich bin schon wach. Anziehen und dann ab nach unten nach dem Zähne putzen. Morgen, ihr drei. Morgen, Mama. Mh, lecker. Brezeln. Das war lecker. Ich muss jetzt los. Oh, Mist. Mein Glas ist umgekippt. Ist ja nichts passiert. Mama. Finn hat schon wieder vergessen, seine Hose wegzuräumen. Ach, Finn. Hi, Leute. Hi, Luna. Na, wie geht's? Gut. Und euch? Hi, Luisa. Na, wie war in deiner Herbstferien? Super. Aber es ist kalt hier draußen. Ja, komm. Lass reingehen. Hi. Ich bin Frau Meier, die Hausmeisterin. Ich kümmere mich aber auch um den Papierkram in der Schule. Euer Klassenzimmer ist da oben. Also nach oben unter links. Ah, hier ist der Pausenraum. Schön. Oder auch für nachmittags. Da vorne sind die Toiletten. Und hier ist der Klassenraum. Oh, cool. Die neue Tafel sieht ja schön aus. Und die Sitzordnung auch. Ich setze mich neben dich. Ja, ich habe keine Lust, wieder neben Mädchen zu sitzen. Ich setze mich nach vorne. Hi, Tobias. Hi, Ben. Ich setze mich neben dich. Ah, hi, Lukas. Du bist der Letzte von uns. Kein Problem. Ah, da vorne ist auch schon Frau Sommer. Und morgen, Kinder. Guten Morgen, Frau Sommer. Na? Schöne Ferien? Ja. Hier sind die neuen Stundenpläne. Ah, cool. Ja. Einmal rumgeben, bitte. Ja, klar. Hier, Ben. Hier, Tobias. Hier, Luisa für dich. Und das Letzte ist noch für Lukas. Stimmt's? Ja. Alles klar. So, jetzt seht ihr schon das neue Fach, Technik. Und ja, wir machen jetzt eine Schulhaus-Rallye, damit ihr das Schulhaus besser kennenlernt. Jungs gegen Mädchen. So, ich hab Stift und Papier. Und los geht's. Ja. Berylt euch aber. Wir wollen noch was besprechen. So, der Vorname von Frau Sommer. Julia. Nee, Sonja. Und jetzt sind auch schon 30 Minuten rum und die Rallye ist fertig. So, alle Teens haben den gleichen Punktestand. Das heißt, beide haben gewonnen. Juhu. Ich hab eine Überraschung vor euch. Nächstes im Sommer, also nächstes Jahr im Sommer fahren wir auf Klassenfahrt. Dieses Schuljahr zwar, aber nächstes Jahr im Sommer. Nach Silvester und Karneval. Super. Ich freu mich schon so. Oh, der Schultag ist schon zu Ende. Tschüss, Luna. Tschüss, Ben. Tschüss, Anna. Ich freu mich schon auf morgen. Ja, wir sehen uns dann morgen. Ich muss los. Wenig später zu Hause. So, eben noch klingeln. Ich bin ja zum Glück sehr schnell. Hi, Papa. Hi, Luna. Na, wie war die Schule? Super. Wir fahren nächsten Sommer auf Klassenfahrt. Cool. Wo geht's denn hin? Keine Ahnung. Das hält Frau Sommer noch für sich. Ist nicht schlimm. Mama holt eben Max und Finn vom Kindergarten ab. Alles klar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und liken auch nicht vergessen. Ich hoffe, euch gefällt das Schulgebäude und bin mal gespannt auf die Klassenfahrt. Aber jetzt kommt erstmal noch die Weihnachtszeit. Das wird auch ein echter Spaß. Mal sehen, was wir da alles erleben. Also dranbleiben. Tschüss.